Da gibt's einen Sonnabruder. Er weiß, was ich getan hab. Sie können mich nicht beschützen. Los, aussteigen! Das Gesetz hat Grenzen. Ich gehöre nirgendwo hin und hab nichts zu verlieren. Er nicht. Sollte ich etwas Angst haben? Wenn Sie clever sind. Wir haben doch fast gegen Leute, die Fragen stellen. Ja, haben wir. Tom Cruise. Sie wollen, dass ich abhau, werde ich aber nicht. Jack Reacher, Dienstag um 20.15 Uhr auf ProSiebenMax. Bis zum nächsten Mal.